Oh, verdammt, äh, falsches Spiel. Moment, ich bin gleich wieder da. So, ähm, okay. Also, wir waren hier letztes Mal irgendwie stehen geblieben und wollten hier irgendwas machen. Ich glaube, wir wollten einen Balkon bauen oder sowas. Oder einen Keller bauen oder irgendwie sowas war das doch. Sie ist weg. Die gute 100. Oh nein. Äh, ja. Dann würde ich sagen, machen wir das nämlich einfach mal. Es ist nämlich draußen jetzt so langsam dunkel genug, dass ich hier auch wieder was sehen kann im Keller. Und, ähm, ja, bei euch, je nachdem, wie das Wetter ist, ist es bei euch dann auch dunkel genug. Ich würde sagen, wir machen hier erst mal alles weg. Einfach, dass wir so ein bisschen Platz haben zum Arbeiten. Und, äh, alles Weitere gucken wir uns dann gleich mal an, wie wir das dann machen. Äh, genau. Hier wäre die Mauer. Und bis hier können wir gehen. Ich hole erst mal alles weg, dass wir ordentlich Platz haben und uns ordentlich austoben können, was den Abstieg angeht. Ah, so weit runter müssen wir ja gar nicht. Aber dann haben wir zumindest so ein bisschen Raum zum Arbeiten. So. Alles weg. Wird eh alles wieder zugeschüttet. Aber, äh, dann hoffentlich sinnvoller. Wie gesagt, hier die Tür Doppeltür, Einzeltür mit hier oben Wir gucken gleich mal Plan habe ich da tatsächlich nicht Ich gucke einfach jetzt gleich während des Bauens wie es mir denn am besten gefallen würde und ihr seid quasi live dabei wie ich mich entscheide wie wir das hier machen So, wir holen die ganze Erde hier mal weg Hier muss eh dann irgendwie den Boden rein, dann können wir das hier eigentlich auch gleich wegholen Ja, abgesehen von dem kurzen Ausflug gerade ganz am Anfang Audio und Linux, das ist ein einziges Chaos Irgendein Update hat wieder alles auf irgendwelche funktioniert nicht mehr so wie vorher Vorher war ja alles relativ okay jetzt ist wieder alles irgendwie durcheinander Ich habe geguckt was zu retten geht, aber ganz ehrlich das nervt auf Dauer das nervt so richtig und das ist seit Jahrzehnten ja schon ein Problem Aber es sind andere Prioritäten die da gesetzt werden Ich mische mich da nicht ein Ich habe nur meinen guten Billig-Kakao mein gutes Mineralwasser guten Controller und alles weitere ist Ja, schauen wir mal Also, Aufnahme läuft Die verschiedenen Audiospuren laufen auch Ich hoffe, das gibt da nicht irgendwie wenn ich hier irgendwas abbaue durch das Headset durch die Akustik irgendwelche komischen Rückkopplungen Ich drehe es mir nachher wieder so wie ich es haben will aber es ist es ist gar keine Lösung auf Dauer Naja Müssen wir mit leben Ist halt so Gut Also, wir haben jetzt hier ein bisschen Platz Das heißt hier oben Stein und bis bis hier Dann machen wir hier Stein und dann machen wir hier eine Treppe runter Das heißt wir brauchen eine Koblistonie-Treppe Na komm So rum Zack Ach ja Da war ja was Da war ja was Zack 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 Ja, und hier wieder Boden Zack 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 Ah, so Gucken wir mal So Das wäre dann hier der Abstieg Hier geht es einmal rum um die Ecke Hier geht es dann erst Na Da geht es dann erst mal geradeaus Schon alles ein bisschen tight, ne Ah Hops Ich Glaube Naja Wirklich viele Möglichkeiten haben wir hier eigentlich was den die Verkleidung angeht Das ist nicht so richtig geil Hat dann hier direkt eben den Schädel Aber anders kommen wir halt hier nicht raus Weil das hier halt schon okay ist vom vom runterkommen Ja, gut Der Rest hier ist natürlich Scheiße Das muss man neu machen Aber hier der, der Ausgang Ah, also es wäre hier eine schöne Doppeltür Aber das ist halt hier oben Was ist denn da? Ist nur das Fenster Ne Das muss hier schon so sein Weil sonst ist das echt irgendwie ziemlich scheiße Hops Wir machen hier erst mal Boden rein Hier machen wir auch erst mal Boden rein Ist ja egal Das heißt Hier wäre ja eh Wand Hier wäre wahrscheinlich auch irgendwie Wand Da müsste dann ja auch schon wieder Wand sein Gut, da wird man sich aber nicht den Kopf stoßen Das heißt, das würde sogar gehen Ah, aber dann mit Schönstein Hier können wir glaube ich Ne, hier können wir Da ist die Lücke Hier können wir auch nichts anders machen Das heißt Hier muss noch zwangsweise eine Reihe Cobblestone rein Wobei Das ja so als Naja gut, okay Ja, passt schon Das ja so als Stockwerktrenner hier so eine Reihe Cobblestone in der Wand ist Das ist ja okay Können wir das hier auch mal eben zuziehen So So Ja Da geht es halt wieder nicht Na, hier ist ja die von außen die Wand Na, nicht mit dem Schwert So ein Quatsch Aber so wird es gehen Gut, hier wäre dann der nächste Abstieg irgendwie runter Das passt ganz gut Gut und Ja, hier Müssen wir gleich mal gucken Ähm, so So Hier muss Holz rein Habe ich dann Holz Nicht Ich habe natürlich kein Wala, habe ich irgendwas weggeschmissen? Nein, doch Hier Ich habe natürlich kein Holz dabei Das heißt Ich gehe mal eben rüber Und hole mal schnell welches Ich glaube ich habe noch welches in der Kiste Holzzeug Da ist noch Holz Äh, zwei brauchen wir So Steine, 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 Steinzeug Äh Ich würde sagen Keller kacheln Ne, wie sich das gehört Wobei hier ist ja auch Steins Aber wir sollten das schon gleichmäßig machen Ist natürlich nicht mehr so viel davon jetzt da Ähm Das haben wir Oh, ich habe Oh Ich habe tonnenweise Kobbelstone dabei Und tu da nichts von in den Ofen So Oh, einmal 100 Dann passt das dann schon So So, 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 so Das ist hier natürlich wieder finster wie die Nacht So, gut Also hier Zweimal Holz Na, um das hier zu verlängern Muss da halt Holz rein Das ist halt so Ne Und dann Ne So Und dann machen wir das Hier Hier unter auch Hier ist dann Hier oben ist wieder normal Ja gut, ne Also Könnte immer schöner sein Aber ich glaube Ich glaube das passt Ist halt nur die Frage Machen wir hier schon Na, wir müssen ja hier schon Zumachen Das heißt Hier kommen dann auch Steine rein Da kommen dann auch wieder Steine rein Und hier so eine Doppeltür rein Das heißt hier Hier würde es dann Weiter gehen Da sind dann auch Steine Da sind dann Hm Doch, passt Dich passt Würde ich sagen So Kurz mal Augen reiben Wie immer am Wochenende Wenig geschlafen Natürlich Wie sich das gehört Wenig kurz und schlecht Wie immer So Ja Hier und hier Und hier Und hier Dada Dada Ähm Vier Fünf So Gut Dann haben wir jetzt auch ein paar Von den Ziegel Steinsteinen Juhu So runter hier Dann können wir nämlich hier Erstmal zumachen So So, hier Schön die Wand reingezogen Und Äh Hier ist die Wand reingezogen Und Äh Hier ist die Wand reingezogen Und Da müssen wir da kleiner rein Da habe ich doch wahrscheinlich Welche in der Kiste Ich habe doch da vorhin welche gesehen Da ist wieder ein hin und her gelaufen Hier heute Let's play rumlaufen Äh, na gut, okay Brauche ich sowieso Aber ich wollte ja hier eigentlich mal die Steine Steinsteine Steinsteine holen Diese Steinsteine hier brauche ich Hier, ne Hier, 14 Sechzehntel Ja, sehr gut Und wenn ich alles täusche Brauche ich Äh, keinen Schraubendreher mehr dafür Um das dann da ordentlich zu machen Was wird sich jetzt zeigen? Nochmal scharf Du bist jetzt hier aber gerade mal ganz falsch So Äh, so Und dann kann man nämlich hier einsetzen Aha Und dann kann man nämlich hier A Kann man denn hier? Da kann man Dann würde ich sagen Fast Sitzen die dann richtig rum Die weiße Ecke da Die weiße Ecke da Die weiße Ecke da Ja, passt Dann orientieren wir uns nämlich ganz kurz mal hier an der Ecke Und Natürlich ein zu wenig Natürlich, natürlich Gut Muss nur kurz einmachen Brauchen wir da noch mehr von? Ne, ne Außer natürlich hier dann irgendwie Äh Blvvvv Wir machen einfach mal so viel Wie wir hierfür bekommen 14 So, 8 Ne gut, immerhin Äh, mh ja Dafür haben wir jetzt sicher einen wunderschönen Aufstieg und eine sehr schöne Tür, durch die man galant hindurchschreiten kann. So. Und so. Jo. 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 Vielleicht auch eine Einzeltür? Ah, doch eine Einzeltür. Die Spitzhacke, die reicht sowieso nicht. Das sehe ich jetzt schon. Gut, äh, laufen wir den Weg hier einfach nochmal. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Ist ja nicht so, dass uns irgendjemand zu irgendwas hetzen würde. Däh. Moment mal. Äh, was wollte ich machen? Spitzhacke wollte ich machen, ne? Ei, ei, ei. Aufmerksamkeitsspanne wie so ein Goldfisch. So, Eimerchen brauchen wir noch. Ach, ein Eimerchen haben wir noch hier. Gut, muss reichen. Oh, und vielleicht ein Häppchen essen sollte ich vielleicht auch nochmal wieder. Jetzt gehen wir mal eben hoch hier. Hier haben wir ja in der, in der Ex-Küche haben wir ja noch ein bisschen was. Oh, hier schön. Schön Fleisch, Fleisch. So. Ups, da habe ich schon gesättigt. Fleisch hier rein. Das ist auch schon gebraten. Das ist auch schon gebraten. Okay, das ist alles schon durch. Das heißt... Näh. Zack. Ach, komm. Och. Zack. 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 Einmal. Zweimal. Dreimal. Dreimal. Und man weiß nie, wofür man vollen Eimerwasser braucht. Einmal die Krüschtels machen. So, interessiert dich nicht, dass ich hier stehe, ne? Macht nichts. Ah, die sind inzwischen auch durch. Und dann schmeißen wir die einfach rein. Und dann kann man nämlich hier aus den Steinen schon mal wieder Steinsteine machen. So. Und dann warten wir mal kurz ab. Währenddessen... Hey, warum trinkst du denn da in den Let's Plays? Immer, weil ich Durst habe. Hm. Und weil Sprechen den Hals austrocknet. Hier ist gleich die nächste Buddel. Keine Markennennung. So, hier auch keine Markennennung. Ach. So, aber dann übersteuert es dann schon mal so ein bisschen. Aber das täuscht, glaube ich, im OBS. Weil in KDN Live, wenn ich es bearbeite, ist hier alles immer irgendwie sehr, sehr leise. Na, schauen wir mal, was passiert. So. Ach ja, Holz. Holz, 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 Stöckchen. Holz, Stöckchen. Haben wir hier hinten. Beim Holzzeug. Sogar noch ausreichend viel. Haben wir da eigentlich irgendwas, was wir da gerade reintun können? Können wir, aber wir können mal hier die Wolle reintun. So. Es irritiert mich immer noch, dass die beim Aufklappen ein Geräusch von sich geben, aber beim Zuklappen nicht. Weißt du Bescheid, ne? Ich schmeiß hier schon wieder das Rand weg. Meine Güte. Warum liegt das eigentlich auf Kuh? Direkt neben Laufen. Vielleicht soll ich das mal umlegen. Irgendwann mal. Jo. Was hatte ich jetzt eigentlich vor? Ach ja. Ich wollte hier mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen Stein wegholen. So, hier muss man kurz mal... Da oben, da ist dann zu, nicht wahr? Da ist sie hinüber. Jut, 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 jut. Wie machen wir das denn hier? Weil hier darf man mich nicht wegholen. Wird aber ein bisschen schäbig aussehen. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, hier muss auch nochmal zu sein. Wie wir gelernt haben, hier ansetzen. Nein. Ich lebe mich doch am Arsch mit der Schweißplatzierung immer. So ist fein. Äh, ja. Lücke ist, äh, ja, okay. Oder? Äh? Habe ich da jetzt Steine reingesetzt? Wie ich dem... Was ist denn hier oben? Ach man, warum ist das denn falsch? Warum ist das falsch? Hä, ich... War ich gesoffen, oder... Sind das die Falschen? Three quarter? Verzeih, guck mal, der Idiot hat's falsch gebaut. Ihr sitzt wahrscheinlich die ganze Zeit schon momentan und brüllt. Was ist das denn für ein Vollidiot? Und ihr habt recht. Und wenn... Äh... 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 So... 29. Ja, muss reichen. Wird wahrscheinlich reichen. Äh... Steinbricks hierhin. Machen wir jetzt mit dem hier. Tschüss. Tschüss. Schau. Schau. Dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal zu machen. Hier diesmal mit den richtigen Steinen. Das heißt, wir machen hier und hier. Nein. Weil, so. Ach, wir machen hier und hier. Ah, guck mal. Ich habe das gerade eben nicht gesehen. Gott, bin ich ein Blindfisch. Ah, so. Tür, Tür, Tür. Da, da, da. Da, da, da. So. Ja, läuft, würde ich sagen. Läuft. Hä? Sieht doch schon komisch aus. Das sieht nicht schön aus hier. Kann ich eigentlich auch von hier? Ne, dann gehen die andersrum. Na ja, genau. Ich mag das nicht. Das muss alles besser werden. Gut. Dann wollen wir jetzt hier wieder den Dings draufsetzen. Ja, ja, wir lassen das jetzt erstmal so, ne. Oder, ne, wir kommen, wir machen es gleich ordentlich. Ups. Ach, ey. Wir machen es gleich ordentlich. Zack. Zack. Äh. Ich wollte ja eigentlich Home machen. Das blöde ist, ich muss hier noch was reinsetzen. Ich will jetzt auch nicht die Steine kaputt machen. So muss das gehen. So und so ist es schön. Komm, jetzt machen wir hier mit Erde zu. So. Und das Blümelein auf der Heide, das pflanzen wir auch wieder ein. So denn. Also, das ist okay. Das ist okay. Dann machen wir hier zu. Job, 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 job. So ist schön. So ist schön. Und dann, hier die Ecke noch. Ja, haben wir ja schon viel geschafft, ne. 24 Minuten, äh, haben wir schon. Und, ja gut, das ist dann da. Und dann machen wir, wir können ja auch so einen Bogen hier machen. Oder? Wollen wir mal einen Bogen bauen? Ich glaube, wir bauen mal einen Bogen. Und müssen wir hier halt gucken, wo wir dann da mit dem Bogen anfangen. Weil hier ist halt, das muss bleiben. Können natürlich auch hier noch einen. Ach, guck mal an, hier müsste sowieso Holz rein, ne. Bei der Gelegenheit können wir gleich mal gucken, was denn wir für Möglichkeiten haben, hier Bögen zu bauen. Und, äh, 10. Wir brauchen hiervon. Wir brauchen hiervon. Davon brauchen wir... Ja, Ecke müssen wir gleich gucken, wie wir das machen. Wir gucken erstmal, ob wir einen, äh, Bogen halbwegs vernünftig hinbekommen. Er muss ja hier anfangen. Jetzt brauchen wir eh einen Schraubendreher, ne. Ja. Dann holen wir mal schnell einen Schraubendreher. Mann. Ach, lecker. Weißt du Bescheid. Werkzeuge. Guck mal hier, hier haben wir noch einen angefangenen Schraubendreher. Den werden wir eh komplett aufbrauchen für den Bogen. Ne, also... Von daher, was soll's. Ach, komm. Hier rüber, hier durch, zack. Dann drehen wir das Ding mal so. Dann setzen wir den hier. Ja, guck mal, hier passt das nämlich noch. Und dann setzen wir den hier oben nämlich nochmal. Und dann drehen wir den so. Dann passt das hier nicht mehr, weil... Rotated World Aligned Textures und bla und bloop funktioniert nicht. Und dann haben wir so halbwegs... Ja, so richtig hübsch ist der aber nicht, ne. Wir haben doch nur den hier. Gucken wir das hier mal eben weg. Und dann gucken wir auch mal, wie das hier mit aussehen würde. Es wird hier immer schlimmer, Junge. Es wird hier immer schlimmer. Aber wenn wir den eins tiefer setzen, haben wir, glaube ich, gar nicht so blöd. Können wir nicht eins tiefer setzen, weil das Ding eben wie ich ist, ne. Hätten wir denn die Möglichkeit? Dann den da hin. Wir gucken mal. Wir müssen uns da ja nicht dran halten. Dann den davor. Das wäre theoretisch schon mal ein schöner Bogen. Aber... Mit dem wird es halt wieder gerade. Wenn wir das Ganze jetzt eins höher setzen. Also, den hier hin. Den hier hin. Den hier hin. Das Ganze jetzt nur noch geschickt drehen. Ja, komm, dreh dich auch. Nee, der hier. Ja. Na gut. Das wäre dann halt wieder so. Könnte man den... dahin? Nee, es würde ja auch nicht gehen. Der wäre ja noch steiler. Hm. Das ist doof. Das ist doof.